Hallo und herzlich willkommen zurück zum FIFA 21 Karriere Modus mit dem SCVL. Heute geht es auswärts gegen Unterhaching. Ja, ich schaue noch mal einmal kurz in die Spieleinstellung rein, damit das mit dem Wetter auch noch mal passt. Ansonsten ist die Ansicht wieder so ein bisschen blöd. Schnee ist nicht so mein Favorit, da gehe ich auf bedeckt oder bewölkt. Bedeckt ist glaube ich das Beste an dieser Stelle. Ja, ich lasse es mal auf bedeckt. Dann würde ich sagen gehe ich noch mal in die Mannschaftsaufstellung einmal kurz rein und gucke mal, wen wir dann noch so mitnehmen. Ich sehe gerade der Sander könnte eine Pause vertragen. Schaue ich mal, wenn ich da mitnehme. Ich glaube den Jones nehme ich dies mal mit, würde ich sagen. Ansonsten mal überlegen, wenn ich da noch so mitnehmen könnte. Oder in die Startaufstellung. Ja, den TAS vielleicht mal in die Startaufstellung reinpacken. Und dann geht es auch schon los in die nächste Partie gegen Unterhaching. Mal schauen, ob wir da mal wieder mehr Punkte holen als wie zuletzt nur einen Punkt. Ja, ich erhoffe mir natürlich, dass wir heute drei Punkte mitnehmen. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir gehen ins Spiel rein. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen zu diesem tollen Stadion. Ihre Kommentatoren heißen Wolfus und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Könnte sehr interessant werden, Buschi. Wichtige Liga-Partie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Danke. 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 die spielvereinigung unterharing hat sich für diese aufstellung entschieden sie spiel ist heute im 451 wenn ich es richtig sehe das ist richtig ein wirklich massives mittelfeld da reichen mahnende worte das spiel hat ja eben erst begonnen gute aktion jetzt könnte die flanke den strafraum bringen könnte jetzt aus werden flanke geht ins torhaus keine gute aktion wird das seine tor chance jetzt ist gefährlich wir lassen sich zeit im aufbau jetzt müssen sie aufpassen klasse pass vielleicht die führung jetzt klasse aufgepasst vom torhaus ecke in die mitte jetzt gut dazwischen weg ist der ball jetzt wird es gefährlich jetzt sind sie am ball jetzt 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 die führung super aktion das ist die balleroberung unwiderstehlich bandowski wir haben das siegerlos unserer heutigen verlosen gewonnen hat das los nummer 38 ich wiederhole los nummer 38 bitte auf der geschäftsstelle melden vielen dank jetzt liegt es vor allem an den kreativen hier mal eine idee zu entwickeln sonst kommen sie gegen die abwehr nicht durch fairer einsatz hier ja schwache ball hier schönes zuspiel hier und da treffen sie das erste tor heute hier haben wir dieses tor noch mal in der wiederholung zuerst der steilpass da ist er einfach gedankenschneller als die verteidigung ja in der tat viel zu schnell und im abschluss auch noch effizient sie sind jetzt also in führung 10 sie bleiben weiter geduldig obwohl sie ja knapp hinten liegen vielversprechende spielaufbau zu früh gestartet oder kam der pass zu spät egal so oder sowas ist abseits ja das wäre eine gute gelegenheit gewesen aber abseits dürfte hier die richtige entscheidung gewesen sein da fehlte die power eine leichte mühler sie suchen das Loch in der Abwehr. Sie verlieren den Ball. Schwache Aktion, Ballverlust. So langsam wird es gefährlich. Jetzt vielleicht die Flanke. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Geklärt, aber es gibt die Ecke. Kurze Variante bei dieser Ecke. Müller. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Gut verteidigt. Ah, sie verlieren den Ball. Schöne Aktion. Sie bringen den hohen Ball. Ja, geht weiter. Immer noch gefährlich. Jetzt schießt er. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute oben drauf. Der Schusstechnik pfeift zum Pausentee und ehrlich gesagt sind wir jetzt ziemlich bedient. Wir liegen 1 zu 0 hinten. Unterhaching ist sehr stark gestartet. In der 10. Minute die erste dicke Chance. Unterhaching in der 24. Minute dann Hufnagel mit dem 1 zu 0. Und in der 45. Minute kurz vor der Pause fasst das 2 zu 0 durch Unterhaching. Also bei uns muss jetzt eine Leistungssteigerung in der 2. Hälfte kommen. Schwabel. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Und er pfeift. Freistoß. Er lässt die Karte nochmal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Guter Pass. Guter Vorstoß. Kann was werden. Jetzt könnte er die Flanke in den Start verbringen. Schöner Zweikampf. Bei Barcelona hat jetzt ein neuer Spieler unterschrieben, um den sich der Verein enorm bemüht hat. Das ist also wohl ein echter Wunschtransfer. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Flanke an den kurzen Pfosten. Sie können nicht klären. Sind weiterhin mit Rängnis. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Müller. Wandowski. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Sehr guter Einsatz. Gute Chance für eine Flanke. Flanke kommt kurz. Schöner Einsatz. Richtig, dass sie da klären. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Könnte der Ausgleich werden. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Jan Jetsch. Schöner Pass. Der Ausgleich. Jetzt wird sie schwach. Das ist natürlich klasse, wo die Zuschauer da haben. Das ist eine richtig interessante Partie. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Und damit alles am Anfang. Es steht 1 zu 1. Ja, der nächste tolle Pass. Er überzeugt heute als Passgeber. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenhaus. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Es gibt hier Einwurf. Ja, könnte was werden. Da kommt die Flanke. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Ganz alleine. Jetzt die Flanke. Könnte den Konter geben. Da war die Chance für den Konter. Da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Müller. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimannschaft. Ja, klasse Pass. Das ist schade. Durch gewesen. Aber so wird's abgefiffen. Abseits. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. Das ist ein Foul. Freistoß. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Ne, ganz genau so, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Macht er gut. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher. Da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Es geht manchmal um zehntel Sekunden. Hier war er zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Noch liegt hier kein Team vorne. Das soll jetzt der Joker für sie ändern. Ein vernünftiger Wechsel, denke ich. Klar, zu leichtfertig nach vorne dürfen die nicht gehen. Aber etwas mehr Risiko ist angebracht. Viel Zeit ist nicht mehr. Aber fünf Minuten, um hier irgendwie den Siegtreffer zu erzielen. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie abhalten sich schon langsam in Richtung Torshaus vor. Jetzt können wir den Ball reinbringen. Zieht einfach mal ab. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Die Defensive steht. Und wenn sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Der Ball kommt. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärfen diese gute Schwarz per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Alles richtig gemacht. Gesinn Applaus. Auch am heutigen Spieltag nehmen wir nur einen Punkt mit, so wie im letzten Spiel. Wir schaffen es in der 65. Minute noch den Ausgleich zu machen durch Taz, der heute mal von Anfang an ran durfte. In der 82. hat Lanné noch die Chance für uns auf 2 zu 1 zu stellen. Und in der 89. Minute hat Unterharing nochmal die dicke Chance, selber das 2 zu 1 zu machen und damit drei Punkte mitzunehmen. Ja, sehr, sehr enge Spiel heute. Da war mehr drin oder da muss eigentlich mehr drin sein für uns. Aber, naja, wir haben nicht die Leistung auf den Platz gebracht, die wir normalerweise auf den Platz bringen können. Ja, und damit war es das auch wieder von mir an dieser Stelle vom heutigen Spieltag. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ansonsten abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr die neuen Videos nicht. Und als kleinen Tipp für den FIFA 21 Karriere Modus kann ich euch empfehlen, mal unter fifa-karriere.com nachzuschauen und euch ein paar Tipps vielleicht zu holen, die dort vorhanden sind.